www.soron.de Servus Leute! Hier sind Soron und ihr und wir fahren heim ins Studio zum Victor auf Landshut. Ich spür heim das Schlagzeug heim und jetzt geht's los! Ja, dann geht's! Untertitelung. BR 2018 Der war, glaube ich, ganz gut. So, der erste Tag ist vorbei. Eineinhalb Lidl haben wir eingespült. Und jetzt, um den restlichen Abend zu vertreiben. Spülen wir. Zelda. Auf der N64. Da ist der Zoller-Profi. Haha, fast. Genau. Leider. Machen wir das Film nur ein? Ja, das ist der Zoller-Profi. 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 Wir sind jetzt beim Victor daheim, sind schon der zweite Tag rumgegangen, haben wir die Schlagzeichspuren aufgenommen, wir sind schon ziemlich weit gekommen und heute ist es wie ein Eis angekommen. Wolltest du mal sehen, der Flo, der ist jetzt gerade ein Käse-Toss. Hallo. Hallo. Und? Wie geht's? Na ja, ein wenig geklebt, aber wird schon alles. Pass. Und der Flo hat nämlich morgen Geburt zu Hause in drei Stunden oder so und da machen wir halt fette Buri. Er hatte ein paar DVDs dabei und diese 500 Dollar teurer Briefkast. Ach was? Du siehst. Nicht? Wie ist's? Hm? Hm? Da grünen wir heute da drüben. Yeah. Ja. 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 Kugel 1? Kugel 2? Machler. Machler. Machl 3. Machl 3. Machl 3. Machl 3. Machl 4. Machl 4. Machlir oder der Machl? jetzt ist endlich soweit der Florian erklärt uns das jetzt mal wenn man so was macht mich erklärt das als erster und beim ersten mal die Asche empfehlen du hast nur gewalt vom Leben verpacken du wolltest hier und hier kommen und sagen es ist des Waldes die ganze coolen haben wir natürlich wenn ich mal schnückeln habe ich dann mal probieren wir deinen Tofu wir wissen mal wie es schmeckt, ich habe sowas noch nie gegessen hinter der Kamera ist er voll nett und gibt jedem alles aber eigentlich ist das voll das Arschlo der Gangster vor der Kamera ich habe noch nichts gesagt gleich mal wie ich tausend Euro auf die Rechnung treib wir machen schon wieder alles hin ok, also sehen wir uns dann beim Essen unser Festtagsabendmenü was was ja klar ja klar wer weiß ja du kannst ja 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 das ist ja sehr gut ist ja ja du kannst du das nicht sagen Dann schauen wir mal. Einfach mal, was dabei rauskommt. Wenn am Anfang das Geige kommt, der eigentlich noch gar nicht. So, jetzt ist er schon wieder rum. Oh, leider. Schön war's, gell? Wir gehen schon noch nächteln und abnehmen. Super. So, die anderen zwei zocken. Offensichtlich ist er nur mit unfairen Mitteln zu stocken. Der Wegler macht den Fluffall fertig. Jetzt ist er im Strafraum. Verdammt. Nein. Abseits. Das ist doch passiv. Das war eine neue Spring-Situation. Wir sehen das, das war eine absolute Fehlentscheide. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.